das ist gut genau da im wasser ja da ist der loot der nice ich möchte jetzt mal dass unser schiff untergeht ja es hat ein paar schaden abbekommen es läuft jetzt langsam voll brennt halt ja nur noch doch mit der zeit kriegs löcher ja nach der zeit aber ich meine zu anfang hatte ja keine löcher deswegen dauert das jetzt eine weile ja genau durch hingebrannt sind und ja das kann sein weil ich vorher war ja ich habe meine 275.000 ha 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 und kann ich die neue 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 skin kaufen ja und noch kohle und es ist gelöscht schaut mal ja genau das geht dann und 50 ist ja logisch cool ist auch das bei boot wieder da haben wir noch wandenbomben ja ok alle mann ins bei boot und anzünden damit ins bei boot sind doch das bei boot an und nicht mich wieso das bei boot ich möchte mal wissen ob das bei boot brennen kann ja ja das ja dann schauen sind es mal an was ist jetzt ich habe kein essen ich bin übel slow ach so aber es stimmt also das bei boot brennt nicht weil sie im wasser ist oh hier ist ein hai schmeiß noch wo ist ein hai hey geh auf ich habe leider keine dings warte mal man kann sich manchmal drauf stellen hört mal auf hört mal auf ja geil was ist denn das was ist denn das ist tot nein willi bitte nicht komm her du du hast dir diesen komischen tanz gekauft diesen fortnite tanz ja hier ist noch irgendwas im wasser von uns wo kann man sich tanzi kaufen ähm den konntest du ja im im shop kaufen am anfang ey lass uns doch alle einen saufen in der taverne los hier ist die andere kanonenkiste ah alle leute in die taverne ich lade euch auf den grog ein wir haben wir haben sogar noch was zum abgeben jungs ja ja und wir haben auch noch kanonenkugeln hier ja ich nicht nur hier das hier ah cool also hier jetzt ja 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 so viel zum thema du hast alles rausgeworfen ne style hier eieieiei hast du das von mir in frage gestellt einmal mit profis einmal mit profis d d d d d d d Schönen. Kommt mal in die Taverne einen saufen. Nein. Alkohol ist böse. Ja. Alkohol ist unser Feind. Doch in der Bibel steht geschrieben, man soll auch seine Feinde lieben. So, das war auf jeden Fall echt cool. Warte, ich bin noch zu euch. Ich bin noch zu euch. Wo seid ihr? Steg. Steg. Ich bin halt nur ein bisschen besoffen, ne? Macht nichts. Ich hab ja jemanden angekotzt. Wie ist denn eigentlich mein Mantel? Habt ihr mal einen Mantel gehabt? Ja, jetzt ist den ganzen Tag schon nackt drinnen. Scheiße. Ich bin auch noch angekotzt. Ich muss mal ganz kurz die Küche nur ausmachen. Okay. Ich glaub, der Mantel, der ist wie irgendwie... ...und von Rare hat es irgendwie wieder weggepackt. Weil ich hab schon mal gehört, dass man ab und zu sich neu anziehen muss. Der wurde die geklaut. Ja, genau. Klaut von Rare. Genau. Hast du einmal kurz nicht aufgepasst? Zack, ist der Mantel weg. Der hat der Joe geholt. Da hat der Joe geholt. Vielen Dank.